Hallo da draußen, hier ist der einsehme Wanderer. Ich bin sicher, dass ihr schon davon gehört habt. Und zwar haben wir ja die Verschärfung des Volksverletzungsparagrafen. Das habe ich noch nicht kommentiert, weil es auch genug andere gemacht haben. Hier habe ich aber einen interessanten Nebenaspekt gefunden, dass auf U-Watch vom Oktober dem 27. ein neuer Volksverletzungsparagraf auch Post- und Telekommunikationsgeheimnis bedroht. Gucken wir mal rein, was da auf uns zukommt. Ich werde auch noch mal allgemein dazu was sagen. Aber erstmal gehen wir mal in den Text hinein. Vor exakt einer Woche ließ die Ampelregierung in einer Nacht- und Nebelaktion vom Bundestag eine massive Verschärfung des Volksverletzungsparagrafen 130 des Strafgesetzbuches beschließen. Ganz bewusst, ohne jedes öffentliche Aufsehen wurde damit ein ungeheuerlicher Eingriff in das Grundrecht auf Meinungsfreiheit vollzogen. Kompakt hat es auch zum Beispiel dokumentiert. Guckt da mal rein. Denn wer von nun Kriegsverbrechen leugnet, muss sich auf eine Geldstrafe oder sogar bis zu drei Jahre Haft gefasst machen. Es geht hier um die weitere Einschränkung von Grundrechten, vor allem des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat nun allerdings auf Twitter auf noch einen weiteren wichtigen Aspekt dieser Gesetzesänderung hingewiesen, der bislang kaum bekannt wurde oder erkannt wurde. Und ich möchte dazu anmerken, ich denke, Maaßen kennt sich aus. Ja, Maaßen, in dem Amt, in der Position, in der er war, wird, denke ich, wir sind vorhin erredet. Denn auch der § 3 Absatz 1 Seite 1 Nummer 6a des G10-Gesetzes, in dem es um die Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses geht, verweist auf den § 130 StGB. Beseitigung von Grundrechten Konkret bedeutet dies so Maaßen, dass eine Überwachung der Telekommunikation oder des Postverkehrs durch die Nachrichtendienste bereits dann angeordnet werden kann, wenn auch nur der Verdacht besteht, dass jemand eine angebliche Volksverhetzung plant. Damit sind Tür und Tor offen. Also, Verdacht kann ich immer haben. Und vor allem, wenn ich schaue, ich habe da im Bekanntenkreis Fälle gesehen, was der Staat hier abzieht mit Leuten, die kritisch sind. Ich darf es nicht erzählen, weil ich das versprochen habe, aber ich möchte nur sagen, ich bin da relativ gut vernetzt, kriege viel mit. Und ich glaube, die meisten von euch haben noch gar nicht mitbekommen, was der Staat hier so alles abreißt, weil das Problem ist, dass du es als Einzelner, du kriegst immer nur Teile und Bruchstücke mit in deinem Bekanntenkreis. Ich aber bin gut vernetzt und kriege es von vielen Seiten. Ja, die Infos. Und ich merke halt, dass wir schon im Prinzip mit faschistischen Methoden hier sozusagen geschlagen sind und dass es hier um ganz massive Einschüchterung von Menschen geht. Ja, ich kenne zum Beispiel mehrere Leute, also mehrere Fälle, wo sozusagen Ärzte Besuch bekommen haben vom Verfassungsschutz. Naja, nicht vom Verfassungsschutz, Entschuldigung, eine Hausdurchsuchung. Das muss nicht der Verfassungsschutz sein, sondern eine Hausdurchsuchung. Mehrere Ärzte kenne ich vorgemerkt. Also zumindest das kann ich erzählen. Über das andere habe ich versprochen zu schweigen sozusagen. Und das ist nicht so selten, wie man denkt. Ja, das ist nicht so selten, wie man denkt. Das ist massive Einschüchterung sozusagen der Opposition, der Außerparlamentarischen. Gut, das mal nur so anbei. Es ist viel krasser, als die meisten von uns mitbekommen haben. Und die Leute, die nicht dagegen sind, kriegen sie eh nicht mit. Und jetzt kommt eben noch das obendrauf, sage ich mal. Ich gehe mal weiter rein. Wenn du das Post- und Fernmeldegeheimnis zu einer Farce. Und jetzt müssen wir mal dazu kommen, was überhaupt als Volksveretzung ausgelegt wird, ist ja jetzt schon krass. Ja, Volksveretzung ist ja jetzt quasi schon, wenn du die multikulturelle Gesellschaft mehr oder minder kritisierst. Denn Verfassungsschutzbericht 21, ich kann es aber wieder nur sagen. Ich habe ihn gelesen, ich habe ihn durchgearbeitet, ich habe ihn eingestellt. Und da steht ja drin, wenn du jemanden nicht als vollwertig in Anführungsstrichen Deutsch akzeptierst, der eingewandert ist. Ja, weil du sagst, ich finde Deutsch hat was mit Kultursprache oder sowas zu tun oder Ethnie. Dann bist du ja offiziell jemand, der dem Paragraf 1 des Grundgesetzes bricht. Du brichst die Würde des Menschen. Du machst dich quasi damit, ja, zur völligen Persona non grata oder Schlimmeres. Ja, und hier geht es ja auch darum, unter anderem, dass die Leugend von Kriegsverbrechen bestraft werden soll. So, der Punkt ist aber, nehmen wir jetzt mal Butcher, ja, da waren viele Fragen offen. Wenn du jetzt Fragen stellst, könnte es ja schon sein, das heißt, ja, Moment einmal, der Leugend der Kriegsverbrechen. Ich sage da, wir müssen vorsichtig sein. Es gibt einen relativ bekannten Fall, ich glaube, es spricht sich Katun, das Massaker von Katun. Ja, also, das kann man wohl etwas differenzierter ausführen, aber im Groben kann man sagen, dass hier sozusagen die Nazis beschuldigt worden sind, in Anführungsstrichen und die Deutschen, ein Massaker begangen zu haben und es waren aber die Russen. Und das ist schon, das ist viele, viele Jahrzehnte, ist das so weitergetragen worden, bis irgendwann die Wahrheit mal rauskam. Und genau das möchte ich an der Stelle mal bemerken. Historiker sind langsam, wie Daniele Gans immer sagt, die brauchen ein bisschen sozusagen. Und manchmal kommen später erst Sachen raus, wo man nicht dran gedacht hat und die Wahrheit kommt viel später. Wenn die Wahrheit ein paar Jahrzehnte später rauskommt, wie bei Katun oder Katin, je nachdem, dann bist du vielleicht schon 30 Jahre im Knast gewesen. Ich betreibe es jetzt mal, also 30 Jahre stehen jetzt nicht zur Debatte im Augenblick. Obwohl, wenn du erstmal drin sitzt, weißt du nicht, ob du rauskommst. Siehe, weil weg und ja nicht. Von denen hört man auch nichts mehr. Aber zumindest stehen hier, glaube ich, drei Jahre auf dem Papier. Genau, drei Jahre, meine ich, sind es, die dir theoretisch drohen könnten. Die Frage ist, wer definiert das? Was ist Volksverätzung? Das ist ja sehr schwammig. Und wenn du den Verdacht hast, nur den Verdacht, und den kannst du ja immer haben, dann kannst du schon mal die ganze Kommunikation immer wachen. Und wenn ich mich dann privat äußere und irgendwas sage, was ich nicht öffentlich äußere, ganz privat, dann hören die mich ab und sagen, guck mal, das ist Volksverätzung. Und schon haben sie dich. Das ist der Wahnsinn, was hier passiert. Der absolute Wahnsinn. Und der große Leute pennt und merkt es nicht. Das ist so schwammig, das ist eine Steilvorlage für ein totalitäres Verhalten des Staates. Es ist einfach so, es ist immer Stück für Stück Salamischeiben und Salamischeiben. Ich kann es immer nur wieder sagen, Salamitaktik. Und was hier über Jahrzehnte an Machtapparat aufgebaut wurde, ist eigentlich unfassbar. Aber die Leute merken es halt nicht, weil es eben in so kleinen Dosen kommt. Die meisten Leute sind nicht aufmerksam genug. Und wenn du halt nicht dagegen bist, sondern immer nur das glaubst, was man dir erzählt, und dich selber nicht informierst, merkst du es sowieso nicht. Dann findest du alles ganz super. Also verdächtig kann dann einfach jeder sein, weil ich es sage, ne? Mit der kombinierten Verschärfung des § 130 StGB und der damit einhergehenden Ausweitung von § 3 G10 Gesetz werde das Post- und Ferngeheimnis zu einer Farce. Habe ich jetzt nochmal doppelt vorgelesen, ist aber wichtig. Post- und Fernmeldegeheimnis beliebig suspensibel. Damit verweist nun auch der Führerchef des Deutschen Inlandsgeheimdienst, der selbst zum Opfer des bereits unter Angela Merkel etablierten Linksstaates wurde, darauf, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland zur Karikatur wird. Jeder, der auch nur Zweifel oder kritische Fragen etwa zu russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine äußert, läuft Gefahr, ins Visier von Geheimdiensten und Justiz zu geraten. Dadurch sollen Menschen systematisch zum Schweigen gebracht werden. Ja, Fragen stellen und Kritik äußern wird jetzt immer gefährlicher. Du machst es gegebenenfalls, wenn ein Richter das so möchte, strafbar. Es handelt sich um einen reinen Beliebigkeitsparagrafen, der den Begriff der Volksverätzung, der zum Beispiel einmal für die Leugnung des Holocaust geschaffen wurde, schier ins Unendliche ausdehnt. Im Grunde macht man sich damit schon durch Debatten über die historische Bewertung von Kriegsverbrechen potenziell strafbar. Das Ganze ist ein beispielloser Akt staatlicher Willkür, der den freien Diskurs durch wohl absichtlich schwammige Formulierungen gezielt behindert, weil die meisten Menschen lieber gleich ganz schweigen werden, als staatliche Bespitzelung, Strafe und die Verumdlimpfung als Volkswetzer aus völlig nichtigem Anlass zu riskieren. Ja, hier wird mit Angst regiert, das machen wir schon eine ganze Zeit, das machen wir schon zweieinhalb Jahre mit Angst, das geht immer fröhlich weiter und hier geht es jetzt noch weiter. Und es ist ja ganz klar, was dann gemacht wird. Dann wird jetzt Telegram auch noch legal abgehört, da guckt man sich an, der einzelne Mann, ach guck, so eine rechte Sau, guck mal, der macht so Videos. Der ist grundsätzlich verdächtig, dann hören wir ihn jetzt mal ab. Und dann äußere ich vielleicht irgendwas privat, wo ich sage, Alter, das sehe ich aber mal ganz ehrlich, das sehe ich mal so und so, sozusagen, und da wird meine private Meinung dann kriminalisiert, und dann werde ich von Kadi geschleppt vielleicht. Das ist ja das, was da droht. Das heißt, du kannst dich ja eigentlich über die Messenger überhaupt nicht mehr, nicht mal privat äußern. Weil der Staat ja alles überwachen könnte potenziell. Und da ich ja schon relativ klein gehalten werde die ganze Zeit und nicht wachse und man mir immer Abos wegkillt, ja regelmäßig, und ich auf dem Weg nach unten als nach oben bin, ich habe, wie gesagt, 60 Abos verloren in der letzten Zeit, glaube ich, weil ich mal drei, vier Tage nichts gemacht habe, dann ist es so, dass natürlich sämtliche YouTuber erstmal potenziell überwacht werden könnten, theoretisch. Gerade die, die vielleicht eine gewisse Verbindung haben, also weiß ich nicht, wenn jemand relativ groß ist, ja, und der kennt ja jemanden, also wenn jemand den Selner kennt oder sonst was, dann ist der wahrscheinlich schon potenziell verdächtig. Der Punkt ist ja auch, du könntest jetzt einfach hingehen und sagen, ja, also guck mal, der Selner ist verdächtig, ja, der nutzt Telegram, dann überwachen wir den mal, ach, Mensch, da können wir ja sein Adressbuch sehen, mit wem er Kontakt hat, ui, ne, die sind dann ja auch eigentlich verdächtig und da könnte ich die ja vielleicht auch überwachen. Also wisst ihr, was ich meine? Wer kontrolliert denn die Kontrolleure? Wer kontrolliert denn den Wächter? Wir wissen außerdem, dass regelmäßig sozusagen ja Sachen in Telegram gepostet werden vom Verfassungsschutz selber. Da habe ich ja auch drüber berichtet, es ist ja offiziell, dass der Verfassungsschutz sozusagen provokante Sachen einstellt und nicht sich dabei strafbar macht und in irgendwelchen Gruppen provoziert und so und irgendwelche Sachen raus hat. Am Ende kriegst du irgendwie einen geleakten Chat, ja, da stehen ganz böse Sachen drin, du weißt gar nicht, wer es gewesen ist, ja, theoretisch kann der Verfassungsschutz hingehen, kann in irgendeine Gruppe was reinschreiben, kann dann sagen, hier ist Volksverhetzung, pack, haben wir geleakt aus der Gruppe und jetzt ziehen wir dich vor den Kadi vielleicht noch, der die Gruppe besitzt sozusagen. Das Risiko ist halt da, ne, das ist eine Taktik, die kann man theoretisch als Staat machen. Das ist völlig totalitär, was hier passiert. Völlig totalitär. Und unsere Meinungsfreiheit wird immer mehr strafbar. Was hier passiert, ist im Prinzip, das kennen wir nur aus Kriegsrecht normalerweise. Aber wir sind ja eigentlich im Krieg. Eine Vermögensabgabe wird ja gefordert. Die Grünen gehen hin und wollen eine Vermögensabgabe, damit die Ukraine ausgezahlt werden kann für den Wiederaufbau. Das müsst ihr euch mal überlegen. Bis jetzt war das ja schon irre genug, dass sie gesagt haben, wir möchten die Leute enteignen, weil wir brauchen das Geld in Deutschland und jetzt wollen die uns ein eigenes Fülle an das Land. Irrer geht es ja nicht mehr, als wir haben eine Kriegspartei, damit wir die schweren Waffen liefern können und da wieder aufbauen und so einen Marschallplan und tralala, da muss ich mich doch echt mal fragen, sorry, was haben wir gerade für eine Verantwortung für die Ukraine? Die sind nicht in der EU, die sind nicht in der NATO. Wir haben mit denen eigentlich gar nichts am Hut. Aber das sind ja unsere Freunde, die verteilten ja unsere Freiheit, so wie mit den Nukusch. Also was hier passiert ist total irre und wenn die Leute das nicht begreifen und sich nicht dagegen stellen, dann wird alles eben immer weiterlaufen, ja, bis dann an Freiheit und von Freiheit nichts mehr über ist und es kann halt sein, dass langfristig komplett Europa fällt. Wir haben natürlich noch so ein paar Effort Terribles, wie zum Beispiel jetzt Orban oder vielleicht auch hier die neue in Italien, da habe ich auch ein Video drüber gemacht gerade, müsste schon online sein normalerweise, ja, wo man sagen muss, da könnte vielleicht doch nochmal ein Gegendruck kommen. Besitzungen würden sagen, die sind alle gekauft, die stehen alle auf der Agenda und sind alle auf der Gehaltsliste von Schwab. Aber wie gesagt, man weiß es nicht, es kann ja auch Abtrünnige geben und Leute, die sich unentschieden haben und die Dinge anders machen wollen. Ja, also von daher, vielleicht gibt es eine Hoffnung in Europa, dass hier eine Gegentendenz kommt. Ganz ehrlich, wenn die EU zerfallen würde, wäre es, glaube ich, ehrlich gesagt, für viele Staaten besser, ja. Weil die EU sorgt dafür, dass wir untergehen über Migration. Relativ klar. Und die Leute sind bei uns so gebrainwashed, dass es immer so weitergeht und dadurch, dass ich natürlich immer mehr die freie Meinung kriminalisiere, das wird jetzt schon auf YouTube und Facebook und Tralala wird ja gelöscht ohne Ende und die Medien sind ja sowieso relativ einheitlich. Und dann ist es ja auch schwer, dass sich eine freie Meinung bildet, weil du ja schon völlig vorbeeinflusst wirst. Und die freien Medien, die da noch was machen, die werden dann drangsaliert und klein gehalten, sodass du es sehr schwer hast, dir eine eigene Meinung zu bilden, wenn du nicht ganz helle bist. Und dann ist es so, dass du natürlich dann, wenn du so beeinflusst wirst, die ganze Zeit durch die Propaganda entsprechend wählst. Und das legitimiert wieder noch mehr Maßnahmen der Politik. Das ist also ein tödlicher Kreislauf. Ich sage es immer wieder, wer die Medien kontrolliert, kontrolliert die Welt sozusagen. Und das sehen wir hier ganz deutlich in Europa. Ganz, ganz, ganz deutlich. Und eigentlich kann man nur hoffen, dass die EU zerbricht. Das ist, glaube ich, die einzige Chance, dass wir nochmal in freiheitliche, demokratische Strukturen kommen. Das denke ich ehrlich gesagt. An eine Reformation der EU, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil dieser Apparat so undemokratisch ist und so durchsetzt, sage ich mal, von Lobby-Tätigkeit und Filz, dass ich nicht sehe, dass das hier in einer EU was werden wird. Gut, warten wir es mal ab. Orban hat ja auch mit seiner Volksbefragung davor gelegt. Mal gucken, was passiert. Ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen. Ich hoffe, ihr teilt. Das Video kommt auf den Wandernden Wolf, den zweiten Kanal und auch auf die ganzen Nebenkanäle einsamer Wanderer 4 auf Twitter, lone Wanderer auf Getter und sonst findet ihr mich überall unter einsamer Wanderer, nicht überall, aber an vielen Orten. Teilt mich bitte, kommentiert bitte, liked mich bitte, schiebt mich bitte ein bisschen an. Ich möchte echt mal wachsen und ich verliere ständig Abos und ich finde, das muss eigentlich nicht sein und ich finde auch, meine Qualität und meine Ansichten sind vertretbar und ich finde, da könnte ich auch ruhig mal wachsen und nicht quasi hier langsam aussterben sozusagen, was die Zahlen angeht. Von daher freue ich mich, wenn ihr dem bösen YouTube ein Schnippchen schlagt und mich ein bisschen pusht. Ja, das war's von mir. Ich danke euch, wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns demnächst wieder. und wir sehen uns demnächst und wir sehen uns demnächst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.